Meine Damen und Herren, mein Name ist Walter Pfohl, ich gehöre zu den Freunden und den Förderern des Vokalensemble. Neben mir steht Frau Bent, die Managerin des Chores. Frau Bent, ich besuche so oft wie möglich die Konzerte dieses Chores, bewundere die vielen Gastdiregenten, die sich verdienstvoll engagieren, aber immer wieder bemerke ich ein Plus, nämlich dann, wenn Markus Gried persönlich vor dem Chore steht. Da ist irgendwie etwas Besonderes, da ist ein künstliches Engagement besonderer Art und ich habe immer den Eindruck, die Sängerinnen und Sänger wollen ja noch mehr geben, als maximal möglich ist. Woran liegt das Geheimnis oder worin besteht das Geheimnis von Herrn Gried? Naja, man kann es eigentlich besser hören als erklären, deshalb versuchen wir auch das, was wir mit Markus Gried haben, möglichst zu dokumentieren und auch auf CD zu bringen, aber es ist eine unglaubliche Vertrautheit zwischen den Sängern und dem Chefdirigenten, die fühlen sich wirklich wahnsinnig getragen, auf Händen getragen, er singt ja quasi mit und schafft es eine ganz besondere Klangqualität zu erreichen. Das schafft sonst keiner.